Es kommt ein ganz, ganz wunderschönes Stück von... Tja, das weiß ich jetzt auch nicht. Nee, eben nicht von Michael Bublé. Eben nicht, ja? Ja, das habt ihr auch gedacht. Aber der hat es natürlich berühmt gemacht. Und das ist natürlich von Ruiz und Gimbo, klar. Und bekannt gemacht hat es Michael Bublé. Und dirigieren und leiten wird es der wunderbare Johannes Herrlich. Viel Spaß mit Sway! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!